Neurofibromatose ist eine genetisch bedingte Erkrankung mit vielen Gesichtern. Etwa 90 Prozent der Kinder mit NF2 entwickeln Tumore an den Hörnerven. Als Erwachsene sind viele bereits ertaubt. Ich würde euch so gern richtig hören können. NF ist derzeit unheilbar. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie. NF-Kinder Neurofibromatose durch Forschung besiegen.